Du möchtest online Geld verdienen und regelmäßig immer wieder passiv 144 Euro oder sogar noch mehr verdienen? Und das regelmäßig, ohne dass du etwas dazu tun musst. Wenn einmal das System aufgesetzt ist, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Denn ich verrate dir die komplette Strategie von A bis Z, wie du das schaffst. Hallo, hier der Steve von Geniale Geld Ideen. Heute mal wieder mit einer kompletten Anleitung von einem sehr coolen Geschäftsmodell, dass du dir als absoluter Anfänger aufbauen kannst, wenn du ein kleines bisschen Arbeit reinsteckst. Und das ermöglicht dir schon ziemlich zu Beginn, eine ganze Menge Geld damit zu verdienen. Wenn du Spaß an solchen Videos hast, online Geld verdienen willst und smart investieren, dann lass mir doch gerne ein Like da und abonniere, wenn du es gar nicht abwarten kannst, neue Informationen zweimal pro Woche zu erhalten, gerne auch meinen Kanal. Ein Klick rechts unten auf den gelben Geldsack im Video genügt. Mich würde es auf jeden Fall total freuen. Wie üblich findest du in der Videobeschreibung die entsprechenden Sprungmarken, denn es ist eine Komplettanleitung, ein Tutorial, was dich jetzt erwartet von A bis Z mit allen wichtigen Schritten. Da kannst du dann die einzelnen Kapitel nochmal anspringen, um wirklich keinen wichtigen Schritt zu verpassen. Denn es ist wichtig, dass du exakt so arbeitest, wie ich es dir jetzt erklären werde. Die Idee ist, dass du regelmäßiges passives Einkommen über wiederkehrende Zahlungen bekommen kannst. Und wie das genau funktioniert, das erfährst du jetzt im Detail. Grundsätzlich ist es so, dass du natürlich etwas haben musst, was du diesen Menschen, die du gleich ansprechen wirst, verkaufen kannst. Und ich habe ein Produkt gefunden, das ist ein Beispiel, du kannst auch in anderen Nischen und in anderen Branchen unterwegs sein. Aber in diesem Bereich haben wir ein enorm großes Potenzial an potenziellen Kunden. Und wie du diese Kunden erreichst, zum Beispiel wenn es um Traffic geht, das verrate ich dir am Ende des Videos. Da gibt es nämlich zwei Traffic-Strategien, wie du die Zielgruppe erreichen kannst, die dir dieses Einkommen bescheren wird. Also wir beginnen am Anfang. Das Erste, was du haben musst, ist ein cooles Produkt, für das es eine Nachfrage gibt, was Menschen gerne haben und kaufen wollen. Wenn du jetzt selber kein tolles Produkt erstellst oder erstellen kannst und erstellen möchtest, dann eignet sich natürlich hervorragend der Einstieg im Bereich Affiliate-Marketing. Und dazu gehen wir zunächst als ersten Schritt auf Digistore24. Digistore24, kennst du, ist eine der größten Affiliate-Marketing-Plattformen, die es momentan im deutschsprachigen Raum gibt. Und wenn du dich da registriert hast, dann kannst du Produkte anderer Menschen verkaufen. Und jedes Mal, wenn jemand etwas kauft über deinen Link, deinen persönlichen Link, den du generierst, dann bekommst du einen Anteil von diesem Kaufpreis. Also quasi eine entsprechende Tantieme. Ich habe bereits eine Komplettanleitung für Digistore24 gemacht. Wenn du noch keinen Account hast, dann erkläre ich dir in dem Video, was ich rechts oben oberhalb des roten Files verlinkt habe, von A bis Z, wie genau du dir einen Account erstellst und was du alles einstellen musst. Wenn du das getan hast, dann hast du Zugriff auf den Marktplatz bei Digistore24. Und wenn du darauf gehst, dann findest du hier unzählige Produkte, die du entsprechend bewerben kannst. Und du hast dann deine entsprechende Provision bei den einzelnen Produkten. Das können 25 Prozent sein, das können aber sogar bis zu 75 Prozent bei einigen Produkten sein. Und du kannst suchen, was dich interessiert in den einzelnen Bereichen. Ich habe aber schon ein Produkt gefunden und mit diesem Produkt spielen wir dieses Konzept ganz einfach mal durch. Es handelt sich dabei um das Partnerprogramm von meinspielplan.de. meinspielplan.de, das ist die Ablösung für Spielpläne mit aufwändigen Excel-Tabellen und lästiger Zettelwirtschaft. Also quasi eine App und eine Software, die es dir ermöglicht, für unterschiedlichste Sportarten Turniere durchzuführen. Und du hast die Möglichkeit, 50 Prozent Provision für dieses Produkt zu kaufen. Was es damit auf sich hat, das zu generieren. Was es damit auf sich hat, das verrate ich dir gleich. Hier steht Verdienst 36,03 Euro. Das stimmt nicht ganz, denn du hast viel, viel mehr Potenzial. Und das ist das Coole bei meinspielplan.de. Denn du kriegst, egal was diese Person und wann sie bestellt, eine Provision von 50 Prozent. Und zwar wiederkehrende Provisionen, denn es handelt sich dabei um ein Abo-Modell. Und wenn du hier unten mal reinschaust, dann siehst du, die haben eine extrem hohe Card-Conversion von 19 Prozent. Und sie haben außerdem nur eine Stornequote von 0,9 Prozent. Also Menschen, die einmal dieses Produkt in ihren Einkaufswagen gelegt haben, die kaufen das in der Regel auch. Also da ist schon mal hier ein ganz, ganz gutes Potenzial, um hier erfolgreich zu sein. Du hast zwei Möglichkeiten. Du hast einmal hier die Verkaufsseite und die Affiliate-Support-Seite, wo du weitere Informationen bekommst. Und wenn du bei Digistore24 angemeldet bist, dann klickst du ganz einfach hier auf jetzt promoten und erhältst einen Link. Und jedes Mal, wenn jemand über diesen Link meinspielplan.de aufruft und eines der Pakete dort kauft, dann bekommst du 50 Prozent Provision dafür. Schauen wir also mal rein, was macht denn meinspielplan.de und warum ist da so großes Potenzial? Wir gehen auf die Verkaufsseite und da siehst du schon, wie diese Webseite aussieht. Also hochprofessionell gemacht, wenn jemand als Interessent auf diese Seite kommt. Also du hast die Möglichkeit, mit dieser Software über eine App auch ganz bequem auf dem Smartphone deinen eigenen Turnierplan online zu erstellen und für jegliche Sportart abzuwickeln. Und das ist das Tolle, weil du eben jetzt nicht nur beispielsweise hier Fußballergebnisse festhalten kannst, sondern bereits hier unterschiedlichste Möglichkeiten für weitere Sportarten berücksichtigt sind. Also Fußball, Dart, E-Sports, Tennis, Volleyball, Bierpong sogar, Tischtennis, Badminton, Basketball, Snooker, alles Mögliche, was es da so an potenziellen Sportarten, in denen man Turniere durchführen kann, gibt. Und natürlich auch Videospiele. Du kannst also auch hier ein Minecraft oder ein Fortnite-Turnier oder FIFA logischerweise damit abwickeln. Und auch was die Kundenzufriedenheit angeht bei Facebook, bei Google oder auch bei Trustpilot mit 4,3 ist durchaus eine ernstzunehmende, sehr positive Darstellung. Ja, also du brauchst nicht mehr mit Excel-Tabellen rumzuschlagen, irgendwas auszudrucken, sondern das Ganze kann komplett automatisiert digital ablaufen. Und für jeden Verein und jeden Privatmenschen, der Spaß hat, mal so ein Turnier durchzuführen, ist das eigentlich eine ganz, ganz coole Geschichte. Das Tolle ist, du kannst jetzt loslegen und gratis den ersten Spielplan erstellen, erst wenn du den tatsächlich spielen möchtest. Also wenn du alles erstellt hast und dann sagst du, jetzt möchte ich das Turnier tatsächlich durchführen, dann müsstest du für die Nutzung dieser Software und fürs Eintragen der entsprechenden Ergebnisse Geld bezahlen. Also an sich schon mal sehr, sehr professionell. Man kann es direkt kostenlos erstmal ausprobieren und sich für sein eigenes Turnier so einen Spielplan erstellen. Und dann kann man das Ganze nutzen. Was hast du denn davon? Wenn wir auf die Affiliate Support Seite gehen, dann sehen wir das Potenzial, was du hier in diesem Partnerprogramm von myspielplan.de hast. Du erhältst also dauerhaft 50% Provision, wenn du das Ganze eben über Digistore24 abwickelst. Wichtig unten, das sind die Pakete, die so ein Kunde hinterher kaufen kann. Es gibt so ein Einstiegspaket für Einsteiger. Das kostet jährlich 60 Euro, aber du kannst natürlich auch hier ein Business-Paket oder ein Enterprise-Paket für große Vereine beispielsweise buchen. Und das ist ja tatsächlich nicht teuer, wenn man denkt, dass hier 288 Euro pro Jahr veranlagt werden. Und das bedeutet, 50%, wenn jemand dieses Enterprise-Paket kaufen sollte, sind 144 Euro. Das ist das, was ich im Titel dieses Videos versprochen habe. Du kannst also wiederkehrende Erlöse automatisiert von 144 Euro, nämlich 50% von den 288 Euro generieren. Und zwar nur, wenn du ein einziges Mal dieses Enterprise-Paket verkaufst. Ein einziges Mal. Und das passiert regelmäßig, solange hier nicht gekündigt wird, jährlich für Jahr für Jahr kommen diese 144 Euro für einen einzigen Verkauf rein. Also du siehst, da ist enormes Potenzial durch dieses Abo-Modell. Und selbst kleine Vereine, 60 Euro im Jahr, das kannst du ausrechnen, das ist nicht viel pro Monat. Wer also Spaß an so einer Geschichte hat, der wird das definitiv mal ausprobieren wollen. Also mega Potenzial dabei und deswegen habe ich mich für dieses Produkt hier entschieden. Der nächste Schritt ist es, deinen persönlichen Affiliate-Link zum Bewerben dieses Online-Spielplans abzurufen. Das machst du, indem du hier auf jetzt promoten gehst. Dann bekommst du diesen persönlichen Link. Der ist sehr, sehr kryptisch und ziemlich lang. Deswegen nimmst du diesen Link, kopierst ihn ganz einfach und gibst ihn bei einem URL-Shortener-Dienst, wie beispielsweise bit.ly ein. bit.ly.com Und hier gibst du deinen Link ganz einfach ein und klickst dann ganz einfach auf Shorten. Und wenn du auf Shorten geklickt hast, dann hast du einen ganz, ganz kurzen Link. Und diesen Link, den kopierst du und speicherst ihn dir sicher ab. Am besten in eine kleine Excel-Tabelle. Das ist dein Affiliate-Link. Und jeder, der auf diesen Link klickt und dann etwas kauft, nämlich eins dieser Pakete bei dem Spielplan.de, der generiert dir dann 50% Provision. Also, das ist der nächste wichtige Schritt. Wir haben also jetzt unseren persönlichen, gekürzten Affiliate-Link generiert. Was machen wir jetzt damit? Wir möchten natürlich Menschen erreichen, die potenziell so ein Produkt brauchen könnten. Und da habe ich zwei coole Traffic-Strategien für dich und ich schenke dir sogar den kompletten Text als Vorschlag. Den solltest du natürlich individuell anpassen. Aber meinen Text gebe ich dir mit dazu, wie ich an so eine Sache herangehen würde. Bleib also auf jeden Fall dabei. Es ist wichtig, dass du jeden Schritt Stück für Stück nachvollziehst. Die erste Strategie, und darum heißt das Video auch so, ist über Google Suche zu gehen. Wir öffnen also Google. Und was könnte denn hier ein guter Suchbegriff sein? Natürlich wollen wir Menschen erreichen, die in Turnieren aktiv sind, also in Vereinen aktiv sind. Und man kann das zum Beispiel eingrenzen auf bestimmte Bereiche. Deswegen würde ich hier einfach mal vielleicht Sportvereine auswählen und vielleicht erstmal in NRW beispielsweise, damit wir ein bisschen kleinere Zielgruppe haben. Und dann siehst du hier schon in der Ergebnisliste, dass hier eine ganze Menge aufgelistet sind. Und genau diese Liste, die brauchen wir, weil du da gleich alle weiteren Informationen, die wichtig sind, hast. Dann gehen wir auf alle Anzeigen und schon hast du alle bei Google verfügbaren Sportvereine in Nordrhein-Westfalen gelistet. Zum Beispiel der Mountainbike-Sportverein. Ich weiß nicht, ob es Mountainbike-Turniere gibt, aber beispielsweise die Schachjugend, da gibt es Turniere, das kannst du nutzen. Dann haben wir hier weitere Geschichten. Der Petong-Club zum Beispiel. Funktioniert also auch. Auf den weiteren Seiten, du siehst, es sind unzählige Seiten, da kannst du dich durchschauen, der Snooker-Club Essen. Wir haben ja gerade gesehen, es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, Billard-Turniere oder sowas durchzuführen. Wenn wir hier auf die Webseite gehen, dann sehen wir, wie dieser Snooker-Club aussieht. Und hast du natürlich die Möglichkeit, Kontakt zu diesen Menschen aufzunehmen. Und genau das haben wir jetzt vor. Das heißt, die Strategie ist, du suchst dir über die Google-Suche Kontakte heraus zu Sportvereinen, zu den einzelnen Vereinen, die es hier so gibt. Wir haben ja hier gesehen, welche Sportvereine es gibt. Du kannst nach Handball, nach Tischtennisvereinen, nach Badmintonvereinen, nach Basketballvereinen und so weiter über Google suchen. Und hast dann die Möglichkeit, diese Vereine ganz einfach direkt anzuschreiben. Wobei, das ist ganz, ganz wichtig, dieser Punkt, du kannst nicht einfach per E-Mail irgendeinem Unternehmen oder einem Verein deine Dienste anbieten. Das ist in der Regel nicht erlaubt, weil es unerlaubte Werbung wäre, zumindest wenn du es per E-Mail machst. Deswegen haben wir hier eine Möglichkeit, das ein bisschen zu umgehen. Wir gehen mal auf Impressum, da findet man meistens Kontakt zu diesen Personen. Entweder gibt es da ein Kontaktformular, wenn du aber jemanden direkt ansprechen möchtest, zum Beispiel über info.snooker.essen.de. In diesem Beispiel, ja, dann musst du ein kleines bisschen aufpassen. Und deswegen ist es ganz wichtig, wie du deine Nachrichten formulierst, damit du nicht hier als Spam und unerlaubte Werbung irgendwie abgemahnt wirst. Wobei das bei kleinen Vereinen in der Regel eher unwahrscheinlich ist, dass jemand dich hier verklagen wird, weil du ihnen eine E-Mail schickst, in denen du ihnen etwas vorstellst. Aber sicher ist sicher. Also, du hast diese E-Mail und du schreibst diese E-Mail-Adresse, suchst dir den Namen dieser Person, an die du da ansprichst, halt an und schreibst dieser Person persönlich eine Nachricht. Und jetzt hier mein Text, den ich vorschlagen würde, mit den entsprechenden Details. Es ist ganz wichtig, dass du genau diese Details umsetzt. Das ist also der nächste Schritt. Das ist ein Text, mit dem du Interesse wecken kannst für dieses Produkt bei allen möglichen Vereinen, die in irgendeiner Form so einen Spielplan gebrauchen könnten. Ich würde in den Betreff reinschreiben, wann sind wieder Turniere möglich. Das ist erstmal sehr unverfänglich. Da steht nicht, ich will dir irgendwas verkaufen. Willst du ja in erster Linie auch nicht. Sondern es ist tatsächlich eine Frage, die gerechtfertigt ist, gerade in Corona-Zeiten. Und dann würde ich hier persönlich diesen Menschen ansprechen und sagen, bitte entschuldigen Sie die direkte Kontaktaufnahme. Sollten Sie sich durch meine unangemeldete Mail belästigt fühlen, löschen Sie sie bitte einfach. Das heißt, du nimmst jetzt schon vorweg, dass potenziell jemand sich gestört fühlen könnte. Bist also da schon mal auf der sicheren Seite, wenn jemand meint, du würdest Werbung machen. Dann habe ich hier fett gedruckt. Keine Sorge, ich habe nichts zu verkaufen. Stimmt auch in erster Linie. Und jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin immer grundsätzlich dafür, dass man das, was man verkauft, auch tatsächlich selber nutzen und ausprobieren sollte. Das bedeutet, damit du diesen Satz hier sagen kannst, ich bin selbst aktiv in einem Verein und weiß, dass es schwer ist, motiviert zu bleiben. Aber wenn es wieder losgeht, dann haben wir, was die Turnierdurchführung angeht, schon einmal komplett auf digital umgestellt. Das muss auch wahr sein. Das heißt also, lade dir einfach mal dieses Produkt, diesen Spielplan herunter und probiere das Ganze einmal aus. Und wenn du in einem Verein bist, die meisten Menschen sind irgendwo in irgendeinem Sportverein Mitglied. Vielleicht wissen sie es auch gar nicht mehr. Dann gib diesen Namen des Vereins und vielleicht noch einen Link an, damit das seriöser ist, damit du wirklich derjenige bist, der dieses Produkt empfehlen kann. Das ist ganz, ganz wichtig, um hier eine Vertrauensbasis zu schaffen. Also, ich bin selbst aktiv in einem Verein, ich weiß, dass es schwer ist, in Corona-Zeiten motiviert zu bleiben und wenn es losgeht, haben wir schon mal auf digital umgestellt. Wir haben zur Koordination und zum Tracking die App Mein Spielplan installiert und weil ich wirklich begeistert bin, dachte ich, auch andere Vereine haben vielleicht Interesse daran. Wie gesagt, ich habe nichts zu verkaufen. Die Erstellung eines ersten Spielplans zum Testen ist komplett kostenlos. Vielleicht wollen Sie ja mal einen Blick drauf werfen. Und dann setzt du hier unten deinen Affiliate-Link, den wir gerade gekürzt haben, mit Bitly ein. Und ich würde dann weiter Kontaktaufnahme vorschlagen. Gerne können wir auch telefonieren, wenn Sie Näheres wissen wollen und das Ganze gemeinsam einmal durchgehen. Antworten Sie einfach kurz auf diese Nachricht. Ich rufe gerne zurück. Alles Gute für den Verein und die Mitglieder. Viele Grüße und dann hier ganz wichtig, deine komplette Adresse. Wenn du schon ein Privatmensch noch bist, also keine Firma hast, dann gib deine komplette Privatadresse mit deinen persönlichen Kontaktdaten an, wenn du ein Gewerbe bereits angemeldet hast, gib dann entsprechend diese Firmierung an. Das ist sehr wichtig, denn du bist ja niemand, der einfach nur seine E-Mail-Adresse at gmail.de oder sowas in irgendeiner Form angibt, denn du möchtest seriös wahrgenommen werden, also solltest du so offen und transparent sein wie möglich. Und du solltest unten ganz kurz angeben in deiner Nachricht, dass dieser Link ein Affiliate-Link ist, der dir eine Provision bringt. Das ist ebenfalls sehr wichtig und so bist du rechtlich auf der sicheren Seite. Also schau dir gerne diesen Bereich rund um diese Formulierung mit den einzelnen Punkten nochmal in Ruhe an. Das ist wichtig, dass du es genauso umsetzt, aber natürlich deine eigene Sprache verwendest, deine eigene Art und Weise, wie du formulierst. Das ist nur ein Beispiel. Ich habe dieses Beispiel aber nochmal unten in die Videobeschreibung reingepackt, sodass du dich schon mal testweise eins zu eins einmal rauskopieren kannst. So, was haben wir also gemacht? Wir haben ein Produkt ausgewählt, was ziemlich cool ist. Wir wissen, wie wir über Google Search, über die Google Suche potenzielle Interessenten finden, die wir hier direkt konkret anschreiben können. Und wenn sie das tun und hier sich das erstmal herunterladen testweise und dann eins der Pakete kaufen, dann können sie dir immer wieder und wieder Geld generieren und zwar komplett passive Einnahmen durch dieses Abo-Modell. Aber als kleinen Bonus gebe ich dir nicht nur diese Traffic-Strategie über Google, sondern noch eine zweite mit. Hier ist der Bonus. Denn die nächste Möglichkeit, die du hast, ist eben nicht nur hier unzählige Vereine auszusuchen und anzusprechen, sondern du kannst auch ganz einfach über Facebook gehen. Und wenn du hier eingibst, beispielsweise Sportverein oder Dartverein oder Sluka-Verein oder was auch immer, dann kriegst du schon mal eine Ergebnisliste. Und in dieser Ergebnisliste wählst du nicht alle aus, sondern lediglich die Seiten. Denn fast jeder Sportverein, ob groß oder klein, hat eine entsprechende Seite. Und hast hier einen Grillsportverein, würde ich jetzt vielleicht nicht, weiß nicht, wie viele Turniere die durchführen, aber alles Weitere, hier der BTSV Essen, Abteilung Tennis beispielsweise oder Sportvereine, der Hamminkelner SV und so weiter, die kannst du alle grundsätzlich anschreiben. Und da hast du überhaupt kein Problem rechtlich, weil du das über das Kontaktformular bzw. über die Chat-Funktion auf der Seite machst. Wenn wir hier mal einfach testweise raufgehen auf diese Seite, dann hast du natürlich die Möglichkeit, hier eine Nachricht zu versenden. Und dann würdest du den Text natürlich, den ich dir gerade vorgestellt habe, ganz einfach hier reinkopieren und dann darauf warten, dass diese Menschen antworten und mit ihnen ins Gespräch kommen. Also eine zweite sehr, sehr coole Strategie. Und du erreichst wirklich unzählige Menschen mit dieser Strategie, mit diesen beiden Traffic-Strategien. Wenn du ein bisschen Aufwand, ein bisschen Arbeit, ein bisschen Zeit reinsteckst, dann hast du die Möglichkeit, wirklich hunderte Personen und Vereine für dieses Produkt hier zu begeistern und regelmäßig wieder und wieder, wie du hier gesehen hast, ja, 60, 108, 288 Euro, 50 Prozent, 144 Euro zu generieren. Also eine sehr, sehr coole Idee, wie du es schaffen kannst, als kompletter Anfänger im Affiliate-Marketing durchzusteigen und durchzustarten. Ich wünsche dir dabei viel Spaß, viel Erfolg und alles Gute. Und das war es schon wieder für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal und empfehle mich gerne auch allen anderen in deinem Bekannten- und Verwandtenkreis, die Lust darauf haben, smart zu investieren und im Internet online Geld zu verdienen. Wenn du auf die Glocke klickst, dann verpasst du auch zukünftig keine neuen Videos mehr hier auf diesem Kanal. Das war es für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Der Steve von Geniale Geldideen.